Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Lass das Ding nicht an! Lies das nicht, glaub mir! Was du? Tan, ist doch ein netter Laden. Nette Leute, alles schön ruhig. Alles schön ruhig? Und ich hab eben Bock aufs Töner gehabt. Ja, dann hau rein. Tan, jetzt mag ich nicht mehr. Javid, warum? Weil ich jetzt Dünnschitz... Bist du uns im Kopf ab? Kommt dir das bekannt vor, Mann? Was wollt ihr? Wo ist er? Wir haben den Dreh. Stille. Buch. Gefunden. Halt die Fresse! Ich schreibe bei der Freizeit Drehbüche als Hobby für Filme. Ich seh da ein bisschen Karies. Ja. Klar, Rafa. Nein, halt, ich schwöre bei Gott, ich hab euch noch nie in meinem Leben gesehen. Nur in meiner Vorstellung, das ist die Wahrheit. Worn. Wir haben es nicht anders verdient. Alles hat seinen Sinn, nichts ist Zufall. Es liegt immer nur Tun des Menschen, sich gegenseitig zu zerstören. We want to make you an offer. What offer? To kill someone for money. Ich lasse unser Leben nicht von einem Scheiß-Drehbuch bestimmen. In dem Buch steht, dass Eliana weiter irgendwelche kranken Bastard alle heuert, um uns Platz zu machen. Wir machen gegen Aufpreis auch Krankenschütten, Foltern und Souvenirs von Kopf bis Fuß. Das könnt ihr dann hier antragen. Ich wäre gerne dabei. Wer ist diese Eliana und was ist ihr Scheiß-Problem? Wer hat dir eigentlich in deinen Kopf gekackt? Ich habe inzwischen ein komplett neues Ende geschrieben. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Willst du damit sagen, dass wir jetzt diesen bekloppten Elektro-Vogel an der Backen haben? Unsere Sache ist überspringen, sonst kommen wir da nicht weiter. Wie aus dem Nichts kommt plötzlich ein Kerl mit einer schweinemattige... Was zieht dir? Was für eine Scheiße? Alter, das fickt meinen Kopf. Juhl und Söhne, Ruhe! Fuck, fuck, was ist das? Oh, this is amazing. Oder wenn das verfilmt wird, wird das der behindertste Film, den es je gegeben hat. Ich weiß jetzt schon, was er gleich sagen wird. Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up.